Du bist ein Held! Ich will keine Lügnerin sein! Löst. Boah. Du brauchst mir. Sieh mal an. Du hast ein echtes Händchen dafür. Komm ruhig wieder, Zuckerschnute. Ich kenne noch ein paar andere Spiele. Okay, Kajot. Gib dieser Kackfresse Öl, was er haben will. Okay, Kajot. Fressel. Fressel ist sie. Ich kenne die Fressel. So, ich kenne noch ein paar Worte. Und ich muss es mich hier. So, ich kann mich hier auch nicht sagen. Ich kann mich hier noch nicht sagen. Ich kann mich hier noch nicht sagen. Füllt. So, und so. So. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Skagblecker! Was ist? Gefällt dir nichts? Ich kann deine Visage nicht mehr sehen! Verpiss dich! Du kannst das verdammte was weiß ich was haben! Komm bloß nie wieder! Was für ein Scheiß! Jetzt installier schnell den Entropiebeschleuniger! Wir müssen uns beeilen! Ah ja, das ist schon wieder so schnell. Ich werde aber so wieder pipsen. Ich glaube nicht. Schnell, 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 schnell! Schnell. Schnell. So. Wie geht das?! Ah, falsch! Oh ja, jetzt schnurzt sie wieder wie ein Sack gefressen, das Geck. Ab auf die Brücke, Kajotz! Verschwinden wir hier! Zurück auf der Verbrechung? Während du weg warst, hat Troy ein Propaganda-Video für unsere Anhänger gemacht. Galaxis-Premiere! Siehst dir an, du bist ein Star! Sieht gut aus, Lügenhawk! Jetzt aber schnell das Prometheer! Wir sehen uns! Hab einen schönen Krieg! Man kann über diese Leute sagen, was man will! Ihr Produktionswert ist der Hammer! Ignorier sie, wir haben zu tun! Kammerjäger, verschwinden wir hier! Und diesmal wirklich! Bring uns nach Promethea! Ok. Hm, Upsi. Promethea! Es geht los! Es geht los! Was ist los? Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Promethea! Promethea! Hier kann man... Oh. Klar. Okay. Wir sind heil angekommen! Immerhin! Was zur Hölle! Eine Malibon-Flotte! Ich dachte, das sei ein Atlas-Planet! Hier ist was faul, Lil! Da hat offenbar noch jemand ein Auge auf Promethea geworfen! Kammerjäger! Hier rüber! Promethea! Ich bin ein Blut, der andere. Ich bin ein Blut. Hör zu! Wegen der Sache auf Pandora. Nichts darf uns aufhalten. Du wirst für mich einspringen müssen. Kann ich mich auf dich verlassen? Ich bin für dich da, Commander. Gut. Nehmen wir Kontakt mit Atlas auf. Wenn jemand weiß, wo die Kammer ist, dann sie! Oh. Und Atlas. Ich empfange keine Signale von Atlas. Maliborn muss ihre Kommunikation stören. moment hier ist etwas das klang nach einem notruf von atlas sie brauchen da unten hilfe atlas auf unsere seite zu bringen wäre ein guter anfang um die kammer hier zu finden wenn wir sie unterstützen helfen sie uns vielleicht oder sie töten uns zumindest nicht während wir suchen der notruf kam vom stadtrand wir müssen runter auf die oberfläche aber wir haben keinen zugang zum schnellreisenetzwerk von prometheer da bin ich dir längst voraus kammerjäger kommt zum frachtraum dann reden wir und wird und vor Ort um im in 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 die 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 Wie wärs? Ich kann dir das auch gut schreiben. Wir brauchen die Schotten. So. Ob ich da runtergegangen bin? Da hinten, da runter. Jetzt der Fahne. Ich bin bereit, weiß ich. Ich habe unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Sie wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden, dann kannst du wieder raufkommen. Also, das wird weder bequem, noch zuverlässig, noch sicher. Aber reingelegt. Ein Aber gibt es nicht. Das war nur eine Aufzählung. Und jetzt hör auf, meine Beine anzugaffen. Ja, ich krieg das mit. Steig ein und los geht's. Hey, hör zu. Lill miefen zwar nicht stark, aber es geht ihr nicht gut. Wir müssen alle mit anpacken. Ich weiß, dass du es drauf hast. Hör dich Angst drauf. Hör dich Angst drauf. Hör dich hol kurz was, ich bin gleich wieder da. Das sah echt heftig aus. Bist du noch da, Killer? Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich will noch mal! Na, Hauptsache du lebst noch. Ellie scheint dich ins Stadtgebiet gebracht zu haben. Finde raus, woher der Notruf kam. Da. Du bist du aufhören. Das ist schon so zivilisiert das ist. Ich bin keine Stadt. Nicht nix. Ich bin nicht mehr geschützt. Du bist du da. Du bist du da. Du bist da. Du bist da. komm her ist so weiß, haben wir gesagt, nehm ich nicht aufpassen, die falschen Sachen mitnehmen ja will diese kristalle wohl hallen, wie war es noch ein Führungsdienst ich habe keinen Schimmer, hallo, irgendwer zuhause hallo, kannst du mit mir gehen kannst du ihn untersuchen, aber das geht dir nicht ich komme, ich bin am weg so, ich muss da rüber, das tut da weh, Ina wenn du mir draufrufst ah ja du brauchst es, das tut das Domando, das Satt, du wirst doch noch nichts auf ne, der Stilke kommt schon Banditen, wie konnten sie vor uns hier sein Todeswunsch, gewährt oh, was ist denn los? oh, tschüss ich weiß, du bist hier ja du bist da ein Feuer, macht so kritische Schaden wenn ich's triff oh, was ist denn los? oh, was ist denn los? ist er ja Er entdeckt passt. Hey, Superfan! Da bist du ja endlich! Wir warten schon ewig hier. Oh, danke für die coolen Kräfte, Lilith. Das Firehawk-Ding ist der Hammer. Oh, viel Spaß. Tschüss. Oh, fancy. Du könntest nicht mal den Arsch an Akku mit einem Benzum treffen. Ich bin der Gump. Die Gnore. Lass dich. Ich komme. Ich komme. Ich bin der Kalemstor. Ich weiß nicht. Es ist ein Psycho! Ich weiß. Ich weiß nicht. Du bist Level 11 im Puschel beigetreten. Ich weiß nicht. Oh. So. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Ihr seid in die falsche Stadt gekommen. Du bist nicht von hier. Oh, wie war das? Ich halte sie auf. Scheiße. Lohrelei. Scheiße, was für eine Sauerei. Ich dachte schon, dass es war. Hey du, komm her. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat mit mir gekriegt, aber ich will nicht. Nein. Du bist so brutal. Nein, ich gehe. So, ich will weg. Das kann doch nur sein sein, wenn ich das mache ich noch. Das ist wichtiger. Wenn die blauen Sterne nicht zerstören, ist so nicht. Du aber, ne? Meinst du die? Ja. Ja, weil du ein bisschen weiterkommen musst. Ja, ja, passt schon. Das ist auch der Schreck mit dir. Leck mich, das nenne ich gutes Timing. Diese Banditen haben irgendwie Maliwan-Kanonen ihre Krippel gekriegt. Ach ja, ich bin Lorelei. Hat Ries nicht gekriegt, ja? Wie viel horst du von der Mann? Können wir nicht. Entschuldig noch. Mein Boss, der Chef von Atlas, wir sind mit Maliwan im Krieg. Wißt wohl nicht von hier, was? Diese Irren tauchen überall in der Stadt auf und brüllen was von einer Kammer. Das sind die scheiß Kalypsos. Ich versuche, die Kammer vor ihnen zu erreichen. Die Kalypsos? Die jammernden Econet-Ausschlöcher vom Kult? Von Kammern habe ich keine verfickte Ahnung. Aber Ries, komm, ich muss ihm eh von unserem Banditenproblem erzählen. Ich stelle dich vor. Ich bin bereit zum Aufbruch. Hier sind wir eh nicht mehr sicher. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, bin ich soweit oder bin ich soweit? Ich bin soweit. Aber da habe ich noch eine Quiz zum annehmen. So, was war da? Was ist das? Ich benutze ihn jetzt nicht. So, warte mal. Da ist die Quiz. Die hole ich mal schnell. Hey, wie gut? Vor sieben Jahren habe ich Clapslift ins Leben gerufen, um Leute mit Problemen in Kontakt mit Helden wie dir zu bringen. Ich habe das Passwort vergessen. Aber hey, diese Anfragen sind nur sieben Jahre alt. Also sind diese Leute immer noch hilfsbedürftig. Schrägstrich, am Leben. Ein Doktor namens Ace Barron benötigt eine Hilfe. Er hat sein Zeug verloren. Begib dich zum Mount Shuler Erholungszentrum und mach dein Ding. Dann werden wir beide mit Lob und Bewunderung für unsere guten Taten überhäuft. Noch so ein Fahrzeug. Wo soll ich jetzt das nehmen? Mit Reifen siehst du noch besser aus! Maliwan hat die meisten Atlas-Einheiten zum Hauptquartier zurückgedrängt. Aber ich habe ein kleines Team hinter den feindlichen Linien. Ich muss sicher gehen, dass sie bei den ganzen Banditen hier nicht überrannt wurden. Kommst du her und zum Nehmen? Maliwan hat die Tür. Ja, genau. Wieso? Moin! Ja, gut schießen. Zeigt euer Geheimnis, Kristalle! 184 habe ich. Was für? Gegner, 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 Gegner! Ach, dann komm! Ich komm schon. Ich sehe nur, wo ich weiß. Er ist tot. Da bin ich drauf. Wird setter. Oh. Ah, hier. Ich gehe gleich mal ins Wetter rauf. Wie? Ich gehe mal ins Wetter rauf. Du bist der hart! Ich bin dran für wiedergemond! Ja, zurück! Jetzt bin ich dran! Ich gehe da nicht! Ich gehe! Okay. Okay. Wie ist das? Das war's.